Folgen Sie uns an den schönen Wörthersee und seien Sie dabei, wenn ein Schlosshotel an den Start geht. Christa mutiert immer mehr zur heimlichen Chefin des Schlosshotels und geht Lenny gewaltig auf die Nerven. Da sie eine moderne Frau ist, kann sie mit den alten Schinken, die im Hotel hängen, nichts anfangen. Lenny lässt sich überreden und macht einen schwerwiegenden Fehler. Er verkauft die Bilder, ohne zu wissen, dass eines davon ein echter Van Gogh ist. Ein Schloss am Wörthersee. Samstag um 20.15 Uhr auf Anixe HD Serie. Oder schon vorab in unserer Mediathek.